Shane Welch, einer der wohl geliebtesten, aber auch vielleicht gehassten Charaktere im ganzen The Walking Dead-Universum. Und leider hat er uns schon relativ früh zum Start der Serie verlassen müssen. Auf eine eher unsanfte Art und Weise. Und bezüglich des guten Shanes haben einige von euch mir Kommentare geschrieben fleißig in Bezug auf ein Was-wäre-wenn-Shane... Und ich hab mir gedacht, dass jetzt mehrere gekommen sind, die ähnliche Ideen hatten, aber quasi auf ein und dasselbe hinauslaufen, habe ich mir zwei Sachen ausgedrückt. Das heißt, in diesem Video gibt es doppelte Was-wäre-wenn-Action. Ich versuche mich trotzdem natürlich kurz zu halten, das Video soll nicht ellenlang werden, aber natürlich will ich auch ein bisschen so viele Informationen wie möglich hier in das Video reinstopfen. Wisst ihr, was ich meine? Aber damit heiße ich euch erstmal herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von... So, und ohne groß rumzulabern, starten wir direkt mal rein mit dem ersten Was-wäre-wenn vom guten Shane. Und zwar das Erste, relativ simpel, was wäre, wenn Shane und Rick gut geblieben wären? Also miteinander, die wären nicht so, sondern so. Was wäre, wenn Shane quasi nicht böse gegenüber Rick gewesen wäre und andersrum? Für dieses Szenario bauen wir erstmal auf, dass wir mal annehmen, Shane hätte sich nicht an Laurie herangeschmissen und hätte nicht Karls neuer Daddy werden wollen und Rick wäre trotzdem ganz normal zu der Atlanta-Gruppe gestoßen. Es wäre kein großer Zwiespalt gewesen und es fing schon relativ früh an, denn ich glaube, dass so jemand wie der Mann von Carol, Ed hieß er, genau Ed, mehr Überlegungschancen gehabt hätte, wenn die zwei, Rick und Shane, schon von Anfang an eine gute Bindung gehabt hätten. Denn die Verkloppung des Eds Pelletier durch Shane Welch hat ja erst damit quasi begonnen, dass Shane so eine Grundaggressivität hatte, weil Rick wieder da war und ihm alles kaputt gemacht hat. Das wäre schon nicht passiert. Eventuell wäre auch schon der Angriff auf das Camp, sag ich mal, anders verlaufen, weil halt, äh, es sind halt viele Dinge doof gelaufen durch Shane und Ricks Rivalität, nenne ich sie einfach mal. Aber gehen wir mal weiter auf die großen Twists, würde ich es mal nennen. Und gehen wir quasi mal direkt zu Herschels Farm. Und zwar wäre Shane nicht mit Rick im Beef gewesen, hätte er höchstwahrscheinlich nicht Otis getötet. Ob das jetzt so einen großen Aspekt in der Geschichte von The Walking Dead gewesen wäre und ob es was Großartiges geändert hätte, kann ich nicht sagen, ich glaube nicht. Hauptsächlich, es hätte wenig Stress gegeben, äh, weniger Spannung gegeben, auch in Bezug auf Herschel als Person, weil Shane ja sehr viel Grundaggressivität in die ganze Gruppe reingebracht hat. Und wir müssen auch sagen, Judith wäre nicht gezeugt worden, aber sagen wir mal, sagen wir mal, Shane hätte eine Nummer mit Laurie geschoben und es wäre Judith trotzdem entstanden. Immer noch sad, dass Judith Shanes Tochter ist. Das geht mir nicht in den Kopf. Egal, anderes Thema. Aber Rick hätte es, wäre voll cool damit gewesen, aus welchen Gründen auch immer. Sehr unrealistisch, ich weiß, aber angenommen. Es wäre ja nie zum großen Beef-Endkampf zwischen Shane und Rick gekommen. Es wäre auch nie dazu gekommen, dass ja Shane getötet würde, weder von Carl noch von Rick. Wobei man hier sagen muss, dass ich persönlich glaube, zu Carls Entwicklung das Erschießen vom Walker-Shane effektiv war. Das war ja so die, das war ja so, das muss ich gerade überlegen, doch, es war die erste Person, die Carl erschossen hat. Vielleicht ist ein Beißer gewesen, aber es geht ja ums Prinzip. Die erste Person, die Carl erschossen hat, die er vorher kannte, selber. Meine ich mal. Verbessert mich, falls ich falsch liege. Auf jeden Fall, es wäre niemals zu dieser Action gekommen. Und da wäre die Frage zum Beispiel gewesen, wäre überhaupt die Horde auf die Farm aufmerksam geworden? Die kam ja eher durch dieses große Rumgeballer an der Scheune, wo die ganzen Walker rauskamen und wo ja auch dann Sophia rauskam und und und. Ob das genau so abgelaufen wäre, ich bezweifle es, sie hätten es wahrscheinlich leise gemacht. Vielleicht. Aber wir sagen mal, die Horde wäre trotzdem gekommen. Ich denke, Shane hätte jetzt nicht krass viel dazu beigetragen von der Flucht, von der Farm. Ich denke, alle Charaktere, die hätten draufgehen sollen, wären draufgegangen. Da hätte Shane nicht viel geändert. Allgemein durch die ganze, durch den ganzen Faden weg wäre Shane einfach nur ein normaler, guter Charakter gewesen, der halt viel potenzielle Kampfkraft beiträgt. Shane war, finde ich persönlich, nicht so der krass Intelligenteste. Er war ja mehr der Hau drauf. Auch im Polizeidienst war ja eher Rick, der mit dem Köpf hin und Shane, der Krawallmacher, finde ich persönlich. Auf jeden Fall, ich denke, den nächsten großen Auftritt, klar wäre gewesen beim Säubern des Gefängnisses, hätte eine große Rolle eigentlich spielt. Aber der nächste große Auftritt wäre halt in Bezug auf den Governor gewesen. Und wir nehmen jetzt mal die Richtung, dass Shane nicht mit dabei gewesen wäre, wo sie das erste Mal beim Governor waren, sondern einfach, er wäre beim Hauptangriff auf den Governor dabei gewesen. In dem Moment, wo der Governor das erste Mal angegriffen hätte, hätte Shane schon gut geholfen und auch gut verteidigt. Und spätestens danach hätte Shane wahrscheinlich, ähnlich wie Merle, versucht Michonne einzutauschen. Ich glaube persönlich aber, Shane hätte es auch durchgezogen. Allgemein wäre Shane der gewesen, der gesagt hat, okay, jetzt oder nie, wir gehen da rein. Und er hätte in dem Moment, glaube ich, auf Ricks Plan geschissen. Zu warten und zu hoffen. Ist ja auch am Ende nach hinten losgegangen. Ich denke, Shane wäre vielleicht mit zwei, drei Leuten einfach, hätte, wäre nach Woodbury gegangen und hätte da versucht, das so schnell wie möglich zu beenden. Ob das geklappt hätte oder nicht, sagen wir mal, es hätte nicht geklappt. Aus welchen Gründen wären sie immer aufgehangen gewesen? Shane hat immer noch Glück und lebt immer noch. Der zweite Angriff vom Governor existiert und findet statt. Shane auch wieder unterstützend und hilft auch ganz normal. Ich denke, der Governor wäre trotzdem genau an sein Ziel gekommen. Shane hätte da auch nicht wirklich krass viel gemacht. Ich glaube aber, nach dem Kampf mit dem Governor hätte Shane gemerkt, okay, Rick lässt körperlich erstmal nach und psychisch baut er ab. In Bezug, dass ja auch Laurie gestorben wäre, was ja auch Shane beeinflusst hätte. Und er merkt, okay, vielleicht wäre Shane noch mehr bei klarem Verstand gewesen, die Anfangszeit von Rick. Aber wir kennen den Staffel 5 Rick, der einfach nur Badass war. Und ich weiß nicht, ob Shane das unterstützen würde oder ob Shane sagen würde, okay, Bro, komm, fahr dich mal runter. Ist schwierig zu sagen. Auch der Kampf gegen Terminus, glaube ich, wäre Shane jetzt nicht groß hilfreich gewesen. Ich denke eher, dass er auch in der Gruppe gewesen wäre, die auf Abraham, Rosita und Eugene getroffen wären. Und ich glaube auch, dass er sich da sehr, sehr wohl gefühlt hätte, weil das eher so sein Platz in der Gruppe wäre. So, ich habe eine Mission und wir müssen diese Mission irgendwie beenden. Das wäre mehr so Shanes Ding gewesen, würde ich sagen. Im weiteren Verlauf, Terminus hätten sie überlebt, gleiche Art und Weise. Also dann bei der Ankunft in Alexandria wäre Shane wahrscheinlich ähnlich wie Rick wieder als Cop in Alexandria eingestellt worden. Und da wäre auch alles noch so weit abgelaufen, wie es hätte sein können. Aber ich denke, spätestens durch die erste Ankunft von Negan hätte das zwei Szenarien geben können. Das erste wäre, Shane wäre gar nicht in diese Falle, nenne ich es mal, gekommen und hätte schon vorher versucht, irgendwie was zu machen dagegen. Hätte effektiv was versucht, sich zu verteidigen und koste was wolle auch auf Verlust von anderer. Aber die zweite Variante, die ich wesentlich wahrscheinlicher finde, Shane hat ja auch, muss man sagen, ein ähnlich großes Maul wie Abraham gehabt. Er hat ja auch immer freie Schnauze gesagt, was er wollte. Und ich denke, gehen wir jetzt auf die Halbkreis-Situation ein und Enem Enemoo mit Lucille. Ich glaube, die Wahl wäre nicht auf Glenn gefallen. Ich bin ehrlich, er hätte Abraham, denke ich, trotzdem weggemacht, weil dazu komme ich in einem späteren Video auch mal. Denn aus, sage ich mal, Trivia-Wissen-Quellen weiß man, dass Negan Respekt und Abraham als Bedrohung dargestellt, gesehen hat. Gehe ich mal in einem anderen Video drauf ein. Und Shane wird er, denke ich, genauso als Bedrohung wahrgenommen haben, weil Rick war einfach am Boden. Der war fertig mit allem, der war fertig mit der Welt, der hatte Angst um sich, Angst um seinen Sohn, Angst um sein Leben und um alle. Aber Shane wäre auch dieser Todesblick-Typ gewesen, der der Negan einmal zu viel falsch angeguckt hätte. Und ich denke, das wäre das Ende von Shane gewesen. Spätestens der erste Kontakt mit Negan wäre für ihn das Ende gewesen, würde ich sagen. Das wäre jetzt für mich so das Abschließen von der guten Story, was wäre, wenn Shane und Rick gut miteinander gewesen wären und er soweit überlebt hätte. Gehen wir jetzt direkt ins zweite Was-wäre-wenn-Szenario und das ist, was wäre, wenn Rick Shane nicht getötet hätte, sondern einfach weggeschickt hätte. Er hat gesagt, hier, pack dir deine sieben Sachen und geh. Das könnte man jetzt auch in zwei Richtungen spinnen. Einmal die gute und einmal die schlechte Richtung. Interessanter halber würde ich mich jetzt hier für die schlechte Richtung irgendwie entscheiden. Die gute Richtung wäre ich trotzdem ein bisschen ankratzen. Also hier würde für unsere normale Atlanta-Gruppe alles weiterhin so laufen wie vorher. Also die Horde kommt, die müssen flüchten, die finden das Prison und so weiter und so fort. Shanes Reise wäre halt eine andere. Er wäre erstmal allein unterwegs und würde auch damit sehr gut zurechtkommen, gehe ich von aus. Er ist ja nun mal ein Überlebenskünstler, er hat es ja gut geschafft. Die Frage ist nur, dass wenn er auf neue Leute trifft, wie er denen gegenübergestellt ist, ist er mehr so wie die, ich weiß gar nicht mehr, wie deren Name war, war diese komischen Rocker aus Staffel 5, bei denen Daryl kurz mal war, dem Rick den Hals aufge... Würde er eher zu so einer Person werden, die sagen, okay, hier, wir scheißen auf alle, das ist jetzt unsere Welt. Wir töten den, den wir wollen, wir machen das, was wir wollen. Oder würde er mehr zum einsamen Wolf werden? Ich glaube, nach dem Verlust von Laurie und Carl und nach dem, ich nenne es mal, Betrug, Hinterhalt seines angeblich besten Freundes Rick, würde er erstmal eine sehr lange Zeit alleine durch die Gegend ziehen. Ich stelle mir da auch so einen Shane vor, so ähnlich wie der Governor, nachdem Woodbury gefallen ist, so Bart, lange Haare, so einfach zerzaust und zerzammelt. Stelle ich mir sehr geil bei Shane vor irgendwie. Aber irgendwann wird es zu dem Punkt kommen, wo er auf irgendwen treffen würde. Und ich habe das innerliche Gefühl, es wäre Negans Truppe. Und das unabhängig von Ricks erstmal. Ich glaube, Shane würde früher oder später, aus welchen Gründen auch immer, auf Negan treffen. Und ich denke, Negan würde so viel Potenzial in diesem gebrochenen, kaputten Shane sehen, als Killer, als ausführende Gewalt, als rechte Hand, dass er Shane aufnehmen würde. Und aus dem Grund, dass Shane so gebrochen wäre, würde er dem auch einfach hinfallen, denke ich. Er würde einfach sagen, okay, hier, Hauptsache, irgendwie, irgendwie wo leben. Und ich glaube, da würde Shane so richtig aufgehen. Ich glaube, das wäre so sein, sein, sein purer Kern, seine Verzweiflung und sein Hass würden absolut da rein kanalisiert werden und würden absolut zu diesem Negan Trupp werden. Er würde dieses, ich bin Negan, sich wahrscheinlich auch tätowieren lassen, gehe ich von aus. Auf jeden Fall, die Geschichte geht weiter. Ich denke, er wäre auf einer sehr hohen Position bei Negan und seiner Truppe. Und ich denke, er würde wahrscheinlich auch ähnlich wie die anderen, wie hießen sie, Leutnants, Glutenants, was weiß ich, halt diese verschiedenen Orte quasi besetzen. Sowas würde Shane, denke ich, auch zur Rolle fallen. Und skippen wir jetzt direkt mal zum großen Aufeinandertreffen von Negan und Ricks Gruppe. Ergo wäre Shane auch da. Ich könnte mir vorstellen, also da, da fängt es an, wo es zwei Szenarien gibt. Da gibt es das Gute und das Schlechte Szenario. Das gute Szenario wäre, was ich ein bisschen lame finde, aber auch ein bisschen cool, Shane hätte mitbekommen, wen sie da natürlich verfolgen, hätte die vielleicht öfter mal spioniert, hätte mal gesehen und wäre mal mit da hingekommen, aber eher so im Hintergrund. Und hätte sich insgeheim vielleicht eine Planausgabe und hätte gesagt, okay, nein, das sind immer noch irgendwo meine Freunde, meine Familie. Ich muss denen helfen. Ich weiß, was die mit denen vorhaben und ich muss sie davon abhalten. Und ich könnte mir vorstellen, dass bei diesem großen Aufeinandertreffen Shane irgendwo sich im Hinterhalt versteckt hat und im Moment der Wahrheit quasi den Hinterhalt gemacht hätte. Die Frage wäre halt, ob er es alleine geschafft hätte. Schwierig. Er hätte vielleicht eine gute Möglichkeit gehabt. Wäre trotzdem nicht ohne Blutvergießen ausgegangen auf beiden Seiten. Und wahrscheinlich wäre auch Shane, der dann am Ende doch irgendwie den Kürzern ziehen würde, aber in dem Fall einfach den Heldentod sterben würde. Das wäre die gute Möglichkeit. Die schlechte Möglichkeit oder die böse Möglichkeit wäre natürlich, Shane kriegt auch mit, wen sie da verfolgen, wen sie da suchen, wen sie es abgesehen haben und weiß, okay, scheiße. Das ist mein Hassmensch, mein Nemesis, mein, ich weiß nicht, was man da so sagt für Wörter. Ich fällt mir gerade nicht ein. Aber ihr wisst, was ich meine. Er würde sagen, okay, Rick, jetzt ist der Moment gekommen, wo ich sie heimzahlen kann. Ich denke, er würde sogar die Frechheit besitzen und Negan bitten oder dazu auffordern zu sagen, hier, nimm den, bitte, bitte nimm Rick, lass mich Rick töten. Quasi die Rolle, die Daryl bei, ich weiß nicht mehr, wie er heißt hier, Bügeleisengesicht, hab den Namen gerade vergessen, diese Rolle, die Daryl dainnimmt, so als sein Schoßhündchen, wollte Shane mit Rick haben. Er wollte Rick als sein Schoßhündchen, den er quälen und foltern und misshandeln, was weiß ich, kann. Ich denke, so würde es auslaufen oder darauf hinaus laufen. Ich denke auch, dass Negan sich darauf einlassen würde, obwohl man halt sagen muss, Negan hat ja, wie man in vielen Momenten sieht, echt Respekt für Rick, indem er sagt, öfter sagt, Rick hat die größten Eier, um es in Negans Worten zu sagen. Und deswegen weiß ich nicht, ob, aber zu dem Zeitpunkt wusste er es halt noch nicht und klar, er wusste, dass der Anführer und so wollte er dem Anführer Angst machen, damit die anderen verstehen, wo sie jetzt hier sind. Aber am Ende des Tages hätte ich schon, könnte ich mir gut vorstellen, dass er da irgendwie vielleicht auf Shane gehört hätte und angenommen, er hätte nicht auf Shane gehört, ich glaube nicht, desto trotz wäre Shane irgendwann zu dem Punkt gekommen, wo er mit Rick hätte allein sein können und dann hätte er wahrscheinlich den entscheidenden Schlag gemacht. Die Frage ist halt, ob Rick in dem Moment einfach wieder unser Staffel 5 Rick gewesen wäre und Shane absolut aufs Korn genommen hätte oder ob das der Rick gewesen wäre, der einfach zerbrochen am Boden, ängstlich, bibbernd, fast kahl mit einer Axt den Arm abgeschlagen hat. Das ist die Frage, welcher Rick es gewesen wäre. Und demnach würde es halt auslaufen, das Ende. Ja, das waren so die zwei, sagen wir mal zweieinhalb Szenarien von was wäre, wenn Shane. In beiden Szenarien wäre er am Leben und ich bin ganz ehrlich mit euch, mir gefällt schon das Szenario in dem er quasi als, da gibt es ja auch sehr viele Edits auf TikTok, wo dann eine Szene, ich glaube, aus Punisher genommen wird, wo sie da sitzen und Shane dann quasi aus dem Dunklen herauskommt und dann halt da alle rettet, Waffe und dann, wow, Action und der Held. Wäre schon ein sehr, sehr geiles Szenario. Aber mir gefällt auch weiterhin das Szenario, dass einfach dieser Hass von Shane und Rick die Serie anheizt. Das gefällt mir halt auch sehr gut. Das war eine geile Dynamik, vor allem weil halt anfänglich Rick sehr, sehr die Überhand hatte, weil er der Leiter der Gruppe war. Und deshalb er immer mal wieder am Twisten war und es auch über die ganze Staffel oder über die ganze Serien weg immer schön am Twisten gewesen wäre. Am Ende des Tages war das mal wieder eine Fantheorie, ein was wäre wenn und wir wissen alle, ob es der Wahrheit entspricht, ob das so hätte passieren können, das wissen wir nicht. Das kann nur in unserer Fantasie existieren. Aber wenn ihr jetzt auf diese zwei Themen oder zweieinhalb Themen eine Meinung habt, schreibt sie mir gerne in die Kommentare. Ich liebe es zu diesen Videos eure Meinung zu lesen, vor allem weil mir oftmals die Augen geöffnet werden und so von wegen, okay, yo, scheiße, ist schon, ist schon, war da, wäre doch ein anderer Weg besser gewesen. Lasst gerne einen Kommentar da, checkt auch auf jeden Fall die anderen, was wäre wenn es aus zu The Walking Dead. Und ich kann jetzt vorab schon mal sagen, seid gespannt, es werden demnächst nochmal, also mindestens ein Video in der Woche mehr kommen, was aber random in der Woche verteilt wird. Denn ich habe so viele Videos geplant und bin die am Produzieren, dass ich die aber auch gerne jetzt relativ fix raushauen würde, weil ihr euch das natürlich auch wünscht. Das wäre zum Beispiel meine Charakterliste von The Walking Dead Charakter, meine Lieblingscharaktere, mein Staffelrank, wo auch sehr oft nachgefragt wurde. Und auch viele andere, was wäre wenn es und auch das große, ich kündige es jetzt mal an, das große Charakterturnier von The Walking Dead steht auch schon quasi in den Startlöchern. Das wird auch, das erste Video wird auch sehr, sehr aufwendig. Ich habe da eine sehr schöne Grafik für erstellt, würde ich es jetzt mal nennen. Seid auf jeden Fall gespannt, da wird auf jeden Fall sehr viel Arbeit meinerseits reinfließen und ihr habt es euch gewünscht und deswegen werde ich es machen. Und die Charakter-Battles sind ja auch immer sehr stark gefragt. Es gab jetzt auch wieder ein paar Vorschläge, die quasi Charakter-Genre-unspezifisch sind. Die werde ich auch in Angriff nehmen, wo dann zum Beispiel ein Filmcharakter gegen einen Spielcharakter kämpft oder oder. Werde ich auf jeden Fall auch in Angriff nehmen, wie gesagt, seid gespannt. Die zwei Videos am Wochenende werden natürlich immer bleiben, aber es wird vielleicht ab und zu ein Video extra kommen. Natürlich nur, wenn ihr es gerne wollt, wenn ihr sagt, nein, ich möchte unbedingt nur am Wochenende zwei Videos, dann werde ich mich dem vielleicht auch anpassen. Aber ich denke also, haben wir alle was davon. Ihr kriegt ein bisschen mehr Content und ich habe ein bisschen mehr Content loszuwerden. Ihr versteht, was ich meine, oder? Auf jeden Fall bedanke ich mich für das Ansehen des Videos. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, ihr konntet ein bisschen mitfiebern, was wäre, wenn Shane noch am Leben wäre. Und wenn euch der Kanal dann gefallen hat, lasst gerne ein Abo da und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder, dann wieder auf derselben alten Couch wieder. Und bis dahin bin ich raus. Ciao.